Ich weiß nicht, was ihr gerade durchmacht, aber ich möchte euch wissen lassen, dass Jesus euch liebt. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit er für euch stirbt, um euch zu retten. Nicht nur, um euch aus der Hölle zu retten, euch vor Selbstverletzung zu retten, vor Anorexia, vor Drohungssbrauch, vor Ablehnung unmangelnder Vergebung, vor PTSD und vor so vielen Dingen, die euch plagen. Und er ist die Antwort, er ist die Lösung, er ist der Heiler. Wenn ihr auf ihn schaut und ihr wisst, dass ihr das tun solltet, ihr fühlt die Berufe in eurem Herzen, mit ihm ins Reine zu kommen. Ihr wisst, dass er real ist, ihr wisst, dass er die Antwort ist und ihr seid dem ausgewichen. Aber der Herr hat mich dieses Video machen lassen, euch zu sagen, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Und er wird alles okay machen, dass er euch liebt und zurückhaben will. Gott schütze euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!